Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik. Lego hat eine lustige Idee gehabt. Nämlich, wenn Papi oder Mami schon einen großen Formel-1-Wagen kauft, dann ist ja die Frage, was machen denn die lieben Kleinen dann? Gucken die einfach nur dumm in der Gegend rum? Müssen sie sich vielleicht ein iPad nehmen? Oder andere schlimme Dinge tun? Nein, da gibt man einfach nur mal knapp 20 Euro aus, hat dann 240 Teile, auch in Lego-Technik. Und das bedeutet, dass man dann das gleiche Modell mit Stickern, wie wir hier sehen, nur in viel kleiner und mit mehr Spielmöglichkeiten hat. Das finde ich grundsätzlich erstmal eine ganz lustige Idee. Bevor wir dazu kommen, ganz kurze Richtigstellung. Ich hatte etwas, glaube ich, irritierend und nicht ganz richtig gesagt in meinem Review der 42171, nämlich des Formel-1-Wagens in groß, dass nur an einer Seite Federn wären. Nö, sie sind auch vorne, wie man hier sieht. Ich bitte um Entschuldigung. So, und jetzt kommen wir zum Kleinen und zu dem, was es denn uns bietet. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Hä? Ach da, siehste. Ja, muss man schon genauer hingucken. Holen wir doch mal die Lupe raus und sehen uns mal Ähnlichkeiten und Unterschiede an. Was schon mal sehr unterschiedlich ist, ist natürlich die Größe. 24 Zentimeter haben wir jetzt bei dieser Pullback-Variante und der Große, der hat 63 Zentimeter. Und immerhin, hier ist dieser türkise Streifen gebaut, wie wir sehen, an dieser flexiblen Stange. Das ist bei dem Großen nur ein großer Sticker. Ja, dafür ist hier auf jeden Fall beim Heckspoiler nichts beweglich und auch dort die Flosse nicht. Wir erkennen aber tatsächlich erstaunlich viele Ähnlichkeiten, bis hin, ja, nicht ganz zu den Reifen, die hier eher, ja, Intermediates oder was sind das? Also auf jeden Fall keine Slicks. Und auch hier wieder vorne und hinten gleich groß. Und es ist auch das Cockpit ein Tick anders. Aber dieses rote Teil hinten, das haben wir hier auch. Ja, und auch hier haben wir eben Sticker und, ja, Beinfreiheit im wahrsten Worten. Und da hinten einen Pullback-Motor. Also es ist tatsächlich eben, während wir hier hinten dann nochmal einen kleinen Auspuff sehen, eben ein Spielmodell. Also, und das Ding hat die gleichen Eigenschaften wie eigentlich alle Pullback-Motor getriebenen Fahrzeuge bei Lego. Nämlich ganz gut Wumms. Dann drehen wir nochmal. Es klackert und, ja, dann geht's wieder los. Also, man geht davon, oder ich kann, glaube ich, davon ausgehen, dass da drin eine Feder ist, die dafür sorgt, dass der Vortrieb dann wie schon seit Jahren entsprechend läuft. So, jetzt gucken wir mal im Vergleich zum Großmodell. Das ja, sagen wir mal so, semi-optimal bei der Kundschaft angekommen ist. Zumindest der, die meine Videos gucken. Da gab es ja mehrere Kritikpunkte. Darum soll es jetzt gar nicht gehen. Wir seien an der Seite tatsächlich. Das finde ich wirklich schön, dass sie dieses Türkise da, diesen Streifen da eben gebaut haben. Vorne, die Schnauze ist natürlich mit mehr Fächern versehen bei dem Großmodell. Links aber passt, ist okay. Also, für so ein Spielzeugmodell ist das, finde ich, völlig okay. Ich hätte es jetzt auch cool gefunden, wenn sie bei dem anderen auch Slicks, aber vielleicht ist es auf dem Teppich auch die bessere Lösung. Wobei, ich glaube, das macht nicht viel aus. Wir haben auch ähnliche Radkappen hier, nur, dass sie bei dem Kleinen eben leider dann doch wieder mit Stickern realisiert werden. Und, das ist natürlich der große Vorteil von dem Kleinen, wenn man den zurückzieht, dann saust er los. Wenn man das mit dem Großen macht, natürlich nicht. Okay, den Gag nehmen wir jetzt mal so hin. Ja, auch von oben, finde ich. Es hat wirklich Ähnlichkeiten. Klar, das ist nun ein ganz anderes Modell dann schon am Ende aller Tage. Aber man merkt schon die Ähnlichkeiten und man kann sich schon vorstellen, dass der Spaß gemeinsam, der eine baut das Große, der andere das Kleine, durchaus überkommen kann. Wenn man denn das nötige Kleingeld dafür hat. Und zwar weniger für den Kleinen. Da finde ich, wenn da so ein Angebot bei ungefähr 20 ist, den eigentlich ganz okay für den Spielspaß. Und dafür, dass man den Aufziehmotor hat. Und ja, natürlich beim Spielmodell, finde ich, ist es auch mit den Stickern ganz okay. Und das, man sieht es ja, die Farbe schwarz natürlich mit dem Sticker. Ganz anderes glänzendes Schwarzes als bei dem darunter. Ist ja auch kein Hinstellmodell. Bei dem Großen, da darf man sich natürlich sehr überlegen, ob es einem wirklich so 220 im UVP und dann im Angebot so bei 180 oder 90 ist. Ob das dann einem das Wert ist. Hat ja nicht mal einen Aufziehmotor, der Große. Aber ja, so ist es. Was sagt ihr denn dazu? Es ist eine witzige Idee. Sollte Lego sowas öfter machen? Sozusagen die Kindervariante parallel zu einem großen 18 Plus Set oder ähnlichem rausbringen? Finde ich, könnte man machen. Und das macht das Große nicht besser. Aber den Kleinen, wie gesagt, der finde ich ja süß. So, jo, das war's. Was sagt ihr? Schreibt gerne in die Kommentare. Vielen Dank an Lego fürs Rezensionsexemplar, auch von dem Kleinen. Wir sehen und hören uns. Beim nächsten Mal geht's wahrscheinlich um Schneewittchen. Ja, und sieben Zwerger hat's auch noch dabei. Bis gleich oder bald.